Hallo, René hier aus Berlin. Die Tarifrunde 2021 steht vor der Tür und die Vorbereitungen laufen bei uns schon auf Hochtüren. Ich mache mich jetzt auf den Weg zu den Gesprächen mit Verdi und wir werden eine gemeinsame Forderung entwickeln. Und die wird selbstbewusst sein, denn wir wissen, was wir können und wir wissen, was wir wollen. Frei nach unserem Motto 100 für 100. Ihr kommt jetzt mit und ich zeige euch, wie es weitergeht. So, die Gespräche mit Verdi sind beendet. Richtig, richtig gut. Wir haben eine super Forderung zusammengepackt. Die werden wir jetzt auf der Pressekonferenz verkünden und ihr kommt mit und seht, wie es weitergeht.